Die DJI Osmo Pocket 3, eine kleine Kamera mit einem Gimbal, die unglaubliche Aufnahmen macht. Die Osmo Pocket 3 stand schon seit einiger Zeit auf meiner Wunschliste und in den letzten Wochen konnte ich sie zu Hause und im Urlaub auf Mallorca ausgiebig testen. Und damit herzlich willkommen zu diesem Review. Die Osmo Pocket 3 habe ich mir vor einigen Wochen gekauft. Ich habe mir die in dem Bundle des Creator-Gombos gekauft und durfte die Osmo Pocket 3 die letzten Wochen ausgiebig testen. Ich habe sie wohl zu Hause getestet, als aber auch im Urlaub. In diesem Review geht es ganz allgemein um die Osmo Pocket 3. Ich erzähle euch jetzt nicht hier die Zahlen, Landfakten, was die Kamera alles kann. Das werdet ihr bereits wissen, sondern ich erzähle euch meine Erfahrungen mit der Osmo Pocket 3. Fangen wir mit dem Wichtigsten zuerst an, die Qualität der Osmo Pocket 3. Und was soll ich sagen, die Pocket 3 ist einfach eine 12 von 10. Es ist egal, ob ihr Timelapse aufnehmt, ob die Motion-Timelapse aufnehmt, ob ihr 4K 30fps, 4K 60fps oder sogar 4K 120fps. Die Osmo Pocket 3 kann alles. Zudem kann sie sogar 4K 120fps in D-Log-M aufnehmen. Das heißt, ihr habt dann ein 10-Bit-Color-Grading, was sie hinterher gestalten können. Und das ist einfach unfassbar, wenn ihr hinterher Videos nachbearbeiten wollt, was das Color-Grading angeht. Ja, und selbst die Fotos der Osmo Pocket 3 sehen wirklich, wirklich nice aus. Ihr habt hier zwar nur 12 Megapixel zur Auswahl bzw. zur Verfügung, aber selbst mit diesen 12 Megapixeln könnt ihr überragende Fotos machen, wenn ihr jetzt nicht richtig krass reinkommt in dieses Foto. Kommen wir nun zur Qualität des Gerätes an sich. Die Osmo Pocket 3 liegt tatsächlich wirklich, wirklich gut in der Hand. Ich habe sehr kleine Hände, aber auch mit dem Griffstück oder mit dem zusätzlichen Akku, wenn ihr große Hände habt, dann liegt die sehr, sehr gut in der Hand. Das Display ist ausreichend hell. Ich hatte so ein bisschen die Zweifel, ob es hell genug ist, wenn die Sonne scheint. Und in meinem Mallorca Urlaub allerdings war das überhaupt kein Problem. Auch bei Mittagshitze, 31 Grad, keine Wolke am Himmel, konnte man ausreichend das Display erkennen. Und was ich wirklich bemerkenswert finde, die Osmo Pocket 3, die ist wirklich so klein, wenn ihr die Adapter auch nicht benutzt, die passt einfach ganz locker flockig in die Hosentasche. Punkt Nummer 2 ist die Akkuleistung. Ein sehr kleines Gerät mit einem sehr kleinen Akku und da dachte ich, dass der Akku tatsächlich nicht lange hält. Doch laut Angaben sollt ihr bis zu 2 Stunden 4K-Videomaterial aufnehmen und das reicht für mich auf jeden Fall. Ich habe die Osmo Pocket 3, wie gesagt, auf Mallorca benutzt. Ich habe die ständig an und aus gemacht, kleine Sequenzen gefilmt, mal größere Sequenzen gefilmt, mal eine Timelapse laufen lassen und der Akku hält tatsächlich fast 2 Stunden. So einen ganzen Tag auf Mallorca, am Ende des Tages, lag der Akku noch ungefähr bei 30% und das ist wirklich erstaunlich. Das Grandiose an diesem Gerät ist aber, dass wenn ihr das wieder an Strom anschließt, dann könnt ihr in 16 Minuten bis auf 80% laden und eine Viertelstunde ist super schnell rum und dann wieder 80% Akkuleistung zu haben, das ist wirklich, wirklich krass. Und selbst wenn ihr mit dem einen Akku nicht hinkommt, gibt es in der Creator Combo ja immer noch den Zusatzakku und dieser Zusatzakku bietet nochmal 60% Akkuleistung. Das heißt, ihr habt insgesamt, wenn beides vollgeladen ist, quasi 160% Akkuleistung. Doch bei diesem zusätzlichen Akku, also der mitgeliefert ist, gibt es auch einen großen Kritikpunkt, weil dieser Akku lädt quasi den Akku in der Osmo Pocket 3 auf und dieser wird dann als Stromquelle benutzt. Das heißt, der eine Akku legt den anderen und der andere wird dafür benutzt, damit die Osmo Pocket 3 läuft. Also gibt es quasi eine Doppelbelastung für den integrierten Akku. Wie die Langzeiterfahrung ist, weiß man hier tatsächlich noch nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass, wenn man halt immer so lädt mit dem Zusatzakku, dass der interne Akku daran leidet oder daran leiden wird und die Kapazität dann einfach schneller abnimmt. Vor dem Kauf hatte ich überlegt, ob ich mir die Creator Combo überhaupt hole oder ob mir die Pocket 3 als solches reicht. Und ich muss sagen, ich habe es tatsächlich nie bereut, mir das Creator Combo zu holen. In dem Creator Combo habt ihr diesen Zusatzakku, wie erwähnt. Ihr habt einen Adapter mit einem USB-C Anschluss hinten dran. Ihr habt ein Mini-Stativ. Ihr habt ein Weitwinkelobjektiv, was wirklich sehr, sehr gut ist. Ihr habt eine kleine Schutzhülle für die Osmo Pocket 3. Ihr habt eine Tasche mit dabei, die super klein ist, wo ihr alles reinbekommt. Und das Beste an dieser Creator Combo, ihr habt das DJI-Mig 2. Arbeitet perfekt mit der Osmo Pocket 3 zusammen. Man kann fast sagen, dass die beide in Symbiose miteinander leben. Kleines Beispiel, wenn ihr beides einschaltet, dann verbindet sich beides direkt miteinander. Ihr bekommt eine kleine Notiz auf das Display und die zeigt euch an, dass beides miteinander verbunden ist und wie viel Akkuleistung das DJI-Mig 2 hat. Und ihr habt sogar die Möglichkeit, über das MiG 2 die Aufnahmen der Osmo Pocket 3 zu starten und zu stoppen. Das ist super genial, wenn ihr mal nicht direkt an der Kamera seid, sondern irgendwelche B-Rolls macht, wo ihr gerade lang lauft. Dann könnt ihr einfach das DJI-Mig 2 dazu benutzen, die Kamera zu starten und zu stoppen. Zudem gibt es die Möglichkeit, zwei Audios mit dem DJI-Mig gleichzeitig aufzunehmen. Das bedeutet, ihr könnt einmal euer Geräte aufnehmen, wie ich es jetzt gerade mache. Und zum anderen habt ihr die Möglichkeit, dass die Osmo Pocket 3 selber nochmal Audio aufnimmt. Und das ist ganz cool, wenn ihr irgendwo im Urlaub oder wie auch immer floggt, ihr seid ein bisschen weiter weg. Dann hört man zum einen das, was der Protagonist redet und zum anderen nimmt die Osmo Pocket 3 aber auch die Umgebungsgeräusche wahr, wie zum Beispiel seichter Wind, der fließt oder aber das Rauschen des Wassers am Meer. Warum habe ich mich speziell für die Osmo Pocket 3 entschieden? Ich hatte mehrere Varianten zur Auswahl. Ich hatte überlegt, ob ich mir eine zweite Kamera dazu hole für die ganzen B-Rolls, die ich mache. Das war mir letztendlich aber zu teuer, weil dann hätte ich auch noch ein zweites Objektiv gebraucht. Die zweite Variante, die ich hatte, ob ich mein Smartphone upgrade. Ich habe aktuell das iPhone 13 Pro und habe überlegt, mir das 15 Pro zu holen oder aber das 16 Pro. Was jetzt nächste Woche rauskommt. Aber auch da habe ich mich dann tatsächlich dagegen entschieden, weil ich überlegt habe, was machst du mit dem Handy? Und tatsächlich ist es so, dass ich auch mit dem Handy viel fotografiere. Und wenn ich dann solche Videos drehe, draußen ich unterwegs bin und die Landschaft fotografiere, dann schränke ich mich da wieder ein. Entweder ich muss vloggen oder aber ich muss fotografieren, weil es gleichzeitig würde mit dem Handy nicht funktionieren. Dementsprechend habe ich mich dann tatsächlich für die Osmo Pocket 3 entschieden und bin so super flexibel. Das heißt, ich kann die einfach überall hinstellen mit dem mitgelieferten Stativ oder man kann aber auch jedes andere Stativ benutzen und habe dann tatsächlich die Möglichkeit, mit dem Handy noch Fotos zu machen oder andere Videos aufzunehmen. Zudem war es mir aber auch wichtig, wenn ich mit dem Handy die ganze Zeit filmen und fotografieren würde, würde der Akku schnell einbrechen und runtergehen und mir ist es dann immer ganz wichtig, dass ich dennoch erreichbar bin. Ja, und die Osmo Pocket 3 hat tatsächlich auch meine Sony A7 IV mit dem Sony 1635 abgelöst. Das war vorher mein Equipment, was ich für diese YouTube-Videos wie heute benutzt habe. Und ja, jetzt aktuell filme ich die Osmo Pocket 3. Damit nehme ich jetzt meine YouTube-Videos auf und es ist einfach so viel leichter. Warum? Das erfahrt ihr jetzt im nächsten Punkt. Das Ganze ist einfach so viel leichter, weil es die DJI Mimo App gibt. Als ich davon das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, ja komm André, so eine App ist sowieso wie jede andere App. Die brauchst du überhaupt gar nicht, sondern du hast einfach das Display da und kannst damit dann alles filmen. Aber diese Mimo App ist einfach super genial und super intuitiv zu bedienen. Warum ist diese App so genial? Nun, zum einen könnt ihr über diese App eure Videos direkt auf das Smartphone laden. Ihr könnt die Videos direkt schneiden, habt ihr Vorlagen. Doch das Beste da an dieser App finde ich zum Beispiel, dass ihr mit der App direkt die Osmo Pocket 3 steuern könnt. Ihr habt richtig gehört, man kann mit der App die Pocket 3 steuern. Wie funktioniert das Ganze? Ich nehme euch mal eben mit aufs Handy. Ihr seht hier die Osmo Pocket 3, die mich gerade filmt. Und nebenan habe ich mein iPad über die Mimo App mit der Osmo Pocket 3 verbunden. Und ich kann hier sämtliche Einstellungen, die ich in der Osmo Pocket 3 auch vornehmen kann, über das iPad steuern. Ich habe hier Anzeigen, wie zum Beispiel, wie ich gerade filme, ein Sechzigstel mit einer ISO 200. Ich kann aber hier rüber auch zum Beispiel den ganzen Gimbal der Osmo Pocket 3 bewegen. Und ja, das ist super genial, weil das Display einfach viel, viel größer ist. Und ich kann so gucken, ob die Raumaufteilung passt, wie ich gerade vlogge. Und selbst wenn ich unterwegs bin, die Kamera irgendwo steht, dann kann ich die Mimo App nehmen und kann darüber quasi nochmal fein justieren, wie das Bild aussehen soll. Es ist aber auch so, dass nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen mit der Osmo Pocket 3 ist. In den Wochen, wo ich die Kamera jetzt benutzt habe, sind mir auch einige negative Kritikpunkte aufgefallen. Der erste Kritikpunkt, der nicht ganz so schlimm ist, den man aber vielleicht wissen sollte, ist, dass wenn ihr den Gimbal nach links dreht, könnt ihr nur den quasi bis 45 Grad drehen und danach ist der Endpunkt erreicht. In die andere Richtung geht das wesentlich weiter, nur das sollte man im Hintergrund haben, wenn man B-Worlds aufnimmt oder man sich selber tracken lässt, dass nach links nur ein 45 Grad Winkel erreicht werden kann. Dann gibt es verschiedene Fokus-Modi, die man einstellen kann. Ihr könnt einen Einzelfokus festlegen, das heißt, die Kamera nimmt einen Fokus, den ihr festlegt und verändert den gar nicht mehr. Ihr könnt einen kontinuierlichen Fokus festlegen, das ist quasi auch das AFC, was man so aus der Kamerawelt kennt. Das heißt, der versucht immer irgendwie das scharf zu stellen, was die Kameramann, was wichtig ist. Und dann gibt es den sogenannten Produktvorführung, bedeutet einfach, ihr habt ein Produkt, was ihr vorstellt, wenn ihr auf die Reviews macht, hält die dann einfach in die Kamera und dieses Produkt wird dann quasi immer scharf gestellt. Und ja, das ist super gut, wenn ihr YouTube-Videos macht, wo ihr dann irgendwelche Produkte vorstellt. Das Negative hieran ist aber, dass man auf dem Display selber nicht sieht, welchen Fokus-Modi man gerade ausgewählt hat. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wenn ich mich filme, welchen Modus habe ich überhaupt, habe ich den Einzelfokus, bin ich dann überhaupt im Fokus, wenn der vorher hinten scharf gestellt ist. Und ja, um auf diese Fokus-Modi zu gelangen, das ist auch sehr umständig, beziehungsweise es dauert sehr lange, weil man erst nach links wischen muss, dann öffnet sich ein Untermenü, dann muss man nach unten scrollen, den Menüpunkt aufrufen, dann wählt man quasi den Modi aus und den muss man dann nochmal bestätigen. Ich würde mir hier wünschen, wenn es hier eine Kurzweiltaste gibt, worüber man durch Klicken einfach den Modus ändern kann und man das quasi auch direkt auf dem Display machen kann. Wenn man das weiß, dann muss man vorher einmal nachschauen, welchen Modi man überhaupt hat, weil mir ist es schon passiert, dass ich hier im Urlaub die eine oder andere Aufnahme tatsächlich nicht gelungen ist, weil ich vorher nicht gecheckt habe, welchen Modus habe ich überhaupt ausgewählt und war dann dementsprechend unscharf. Und was weniger wichtig in dem Video war, wurde dann tatsächlich scharf gestellt. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass es keine Telelinse gibt. Man gibt zwar die Weitwinkellinse, es gibt einmal keine Telelinse. Habe ich mir vorher gedacht, ja, braucht man das wirklich, ist es vielleicht wirklich so negativ und jetzt im Urlaub habe ich tatsächlich festgestellt, dass ich mir doch in der einen oder anderen Situation gerne so eine Telelinse gewünscht hätte, die ich einfach aufsetze. Und das Bild dadurch dann rangezoomt wird und ich den Blick des Betrachters quasi dann einfach auf das Wesentliche lenke. Ist das auch nur ein kleiner Kritikpunkt. Wenn es sowas vielleicht geben würde, würde ich mir tatsächlich eine holen. Einfach nur, um sie dabei zu haben, falls es mal wieder zu dieser Situation kommt, dass ich gerne den Bildausschnitt etwas näher haben möchte. Ja, was soll ich sagen, ich liebe diese Kamera. Die Osmo Pocket 3 ist wirklich so einfach zu bedienen. Sie ist kinderleicht. Sie ist super klein, passt in die Tasche. Man hat damit grandiose Aufnahmen. Die Vielseitigkeit von den Einstellungsmodi. Man kann Panoramafotos machen, normale Fotos. Motion Timelapse finde ich super interessant. Benutze ich sehr, sehr häufig. 4K 120 FPS oder auch ganz normale 4K in 24, 30, 60 FPS ist damit alles möglich. Sowohl der interne Sound der Osmo Pocket 3 mit den drei verschiedenen Audio-Eingängen, als aber auch der Sound mit dem DJI-Mig 2. Die sind überragend. Und das sogenannte Death of Field, dass der Vordergrund scharf und der Hintergrund unscharf ist, ist wirklich genial bei dieser Kamera. Ihr seht es jetzt schon, dass die beiden Lichter unscharf sind. Und wenn ich noch näher an die Kamera rangehen würde, würde das noch deutlicher sein. Und das ist einfach super intuitiv und super genial und sieht tatsächlich sehr natürlich aus. Das würde mein aktuelles Smartphone und ich würde fast behaupten, jedes andere Smartphone nicht so sauber und so ästhetisch hinbekommen wie die Osmo Pocket 3. Ich kann sagen, dass ich es keine Minute bereue, mir die Osmo Pocket 3 in Verbindung mit dem Creator-Kombo zugelegt zu haben. Klar, es ist ein stolzer Preis mit über 600 Euro, aber die Varianten bzw. die Alternativen, eine zweite Kamera mit einem Objektiv oder aber ein Smartphone, ein besseres Smartphone, kamen für mich dann nicht in Frage. Und ja, die Osmo Pocket 3 benutze ich tatsächlich wirklich sehr, sehr häufig. Im Urlaub war es das meistgenutzte Gerät für mich, was ich benutzt habe. Und auch jetzt für die ganzen YouTube-Videos ist die Osmo Pocket 3 tatsächlich meine erste Wahl. Es gibt noch so, so viel mehr zu der Osmo Pocket 3 zu sagen über die Stabilisation mit dem Gimbal, die Low-Light-Performance und, und, und. Aber das werdet ihr wahrscheinlich schon alles wissen, weil es nicht das erste Review ist, was ihr euch angeschaut habt. So war es zumindest bei mir. Ich habe mir vorher ganz, ganz viele Reviews angeschaut und technische Daten durchgelesen, ob diese Pocket 3 wirklich was für mich ist. Und hier soll es tatsächlich ganz allein um meine Erfahrungen mit der Osmo Pocket 3 gehen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Es nimmt dir so ein bisschen die Entscheidung, ob die Osmo Pocket 3 was für dich ist oder nicht. Für mich ist sie auf jeden Fall was, weil ich damit meine ganzen B-Rolls aufnehme. Ich kann damit meine YouTube-Videos machen. Und auch wenn ich wieder Richtung Landschaftsfotografie gehe, ist die Osmo Pocket 3 tatsächlich meine erste Wahl. Weil man sie auch einfach super an den Rucksack klippen kann und man damit POV-Videos aufnehmen kann. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir doch gerne einen Like da. Schreib gerne in die Kommentare, wie dir das Video gefallen hat. Ob du vielleicht andere Kritikpunkte hast zu der Osmo Pocket 3 oder was dir aber auch besonders gut gefallen hat. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao.